Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen verrückt, aber ich glaube fast, das ist ein Portal da unten. Das sieht doch aus wie ein Portal, oder? Und das ist irgendwie das Einzige, was es hier gibt und alle beten das an. Das kann doch nichts Schlechtes sein, wenn man da mal reinspringt und nachguckt, oder? Hallo und herzlich willkommen zu Conan Exile! Wir sind mal wieder im hohen Norden unterwegs, da wo es schön warm ist, nämlich mitten im Vulkan. Und heute werden wir mal den ersten Sieg für den Schwarzen Ritter erringen. Das heißt, wir werden mal unsere neue Rüstung hier so ein bisschen eintragen, ein bisschen ausprobieren. Ich denke, die ist ziemlich cool. Wir stehen hier nämlich schon auf dieser Vulkanbrücke, wo wir das letzte Mal dann umgedreht sind, weil es einfach zu warm war. Und im Moment ist es nur very hot, das geht eigentlich. Unter Studs steht jetzt, wir haben ein bisschen mehr Durst als sonst. Das ist ja jetzt nicht so problematisch. Ich habe nämlich viel zu trinken mitgenommen. Das zeige ich euch gleich mal. Außerdem haben wir hier auch jetzt so ein Temperature Resistance Stud. Der ist da schon länger und ihr habt den auch schon mal bemerkt. Ich noch nicht. Ich habe den dann erst gesehen, nachdem ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Es gibt ja einen Start-up der Rüstung. Das ist hier, in diesem Fall sind das zwei Balken. Und das ist, glaube ich, ein bisschen komisch, diese Angabe. Weil früher waren das ja mal deutlich mehr bei den guten Rüstungen. Und jetzt sind das überall nur noch ein Balken. Außer dieser Vulkanrüstung, dieser Silent Legion Rüstung, die hat zwei Balken. Das ist die einzige Rüstung, die ich momentan kenne, die zwei solche Temperaturbalken hat. Und das ist ein bisschen komisch, weil wir hier nämlich jetzt fünf haben. Und selbst wenn ich ein Teil, zum Beispiel die Brust ausziehe, haben wir immer noch fünf Balken. Erst wenn ich zwei Teile ablege, geht da die Temperature Resistance runter. Also die scheint schon ziemlich gut zu sein von der Rüstung. Ich denke, viel besser geht es da nicht. Zumindest haben wir die Anzeige definitiv ausgemaxt. Okay. Ja, und jetzt laufen wir hier so ein bisschen rum. Wir gehen jetzt mal über diese Brücke. Das habe ich noch nicht gemacht. Hier waren wir noch nie. Auf dieser Seite dieses Lava Flusses. Ich weiß, dass es nicht gut ist, da reinzusteigen. Also wir sollten uns von der Lava unbedingt fernhalten. Das ist auch unglaublich warm, wenn man da zu nah rangeht. Und jetzt erkunden wir einfach mal diesen Vulkankrater. Da führt auch ein Weg entlang hier links. Da kann ich aber noch nicht sagen, wo der hinführt. Da waren wir auch noch nicht. Müssen wir uns auch anschauen. Ich habe gedacht, als erstes gucken wir mal hier rein, weil da so ein Riesentor ist. Oder ein Riesenfelseingang. Oh! Don't eat yellow snow. Oh, okay. Habe ich nicht vor. Wo sind wir denn jetzt? Very cold. Ich wechsle mal schnell die Rüstung. Dann sollte das wieder besser werden. Frostbite. Und jetzt? Wird es jetzt besser? Ich hoffe, dass es besser wird. Sind wir jetzt außerhalb der Map? Extremely cold. Okay. Wo sind wir? Ah, wir sind jetzt hier oben. Das ist praktisch nur ein anderer Eingang zu dem Vulkan wie hier oben. Und hier gibt es unglaublich viel Eis. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob wir da was mitnehmen wollen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Ich habe mal unsere Tools upgradeet endlich. Nehmen wir nochmal ein bisschen was davon mit. Aber ich kann auch nicht so super viel tragen, ne? Und das Eis? Das wird ja auch schlecht. Also ist wahrscheinlich keine so gute Lösung. Wir sind heute, glaube ich, länger unterwegs. Oh, da ist ein Mammut. Hier waren wir auch noch nie. So tief sind wir noch nie hier oben in dieses Gebiet eingedrungen, glaube ich. Aber wir waren schon mal ganz in der Nähe. Das ist super cool hier. Wir sind super hoch. Mega gute Aussicht. Oh, wie ist das? Yeah. Ich glaube, die beiden kennen wir schon, ne? Die beiden Skulpturen. Da müssen wir auch mal wieder vorbeischauen. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder da hoch und zurück in den Vulkantrichter. Mal gucken wir uns da drin ein bisschen um. Ich wollte eigentlich den Vulkan anschauen, nicht das Snowbiome. Das machen wir mal wann anders. Dem Baum ist es wohl irgendwann mal zu warm geworden, wie es aussieht. Oh, da ist schon wieder... Da sind überall Statuen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Da oben waren wir auch noch nie bei dieser Stadt, ne? Da sind wir auch umgedreht. Da waren zu viele Rocknoses. Oh. Da ist überall Lava. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht sollten wir vorher unseren Schlafsack irgendwo auslegen. Ich weiß nicht so ganz wo. Hier ist es ja auch super heiß, ne? Das ist vielleicht nicht die beste Lösung, hier einen hinzulegen. Ich habe zwei Schlafsäcke dabei. Ich habe Berry Juice dabei. Der soll besonders gut sein. Der ist, glaube ich, ein bisschen besser als wenn wir hier diese Water Skins mitnehmen. Der bringt super viel Wasser. Das brauchen wir heute bestimmt. Den stellt man her aus Beeren, Aloe und so filtriertem Wasser. Also so sauberem Wasser, wie auch immer das genau heißt. Und dann haben wir noch so ein bisschen was zu essen dabei. Das ist nicht so gut. Das ist für Snowbiome. Da ist es dann deutlich, da wird uns deutlich wärmer, wenn wir das essen. Das ist also so ein Wärme-Bufffood. Und die Beeren, die bringen nicht viel, ne? Die können wir eigentlich direkt aufessen. Die habe ich irgendwo gefunden. Und eine Rhinosuppe für den Rückweg. Ich habe auch den Backpack dabei, damit wir notfalls, wenn wir zu viel Zeug finden, das auch irgendwie nach Hause bringen können. Der ist echt gut. Da können wir deutlich mehr tragen. Ich gucke jetzt erstmal oben ein bisschen rum. Leg den Schlafsack aus. Und dann können wir zumindestens hier respawnen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier überleben ohne Rüstung. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber wir können es ja mal ausprobieren. Genau, hier oben waren wir schon mal. Da sind die beiden Rocknoses. Die haben wir schon mal umgehauen. Und da ist so eine Stadt oder sowas. Oh, das erste kommt. Bam! Lass die weg! Okay, das geht auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Gut. Die lassen wir einfach liegen. Oh! Noxious Gas! Nicht gut! Oh! Hör auf, lass mich! Da können wir nicht hoch. Das ist giftig. Wir hatten doch mal so eine Gasmaske, oder? Hatten wir sowas nicht mal hergestellt? Hm. Okay. Das ist alles ziemlich interessant. Dann gehen wir jetzt erstmal nach unten, hätte ich gesagt. Wenn wir die Stadt nicht erkunden können. Ich habe jetzt nichts gegen Gas dabei. Ich weiß nicht genau, was wir dagegen brauchen. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gesehen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Legen wir mal so einen Schlafsack hier aus. Nummer zwei. Der sieht gemütlich aus. Hyänenfell. Super gut. Und dann springen wir jetzt da runter, oder? Anders geht es nicht. Ich weiß nur nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen. Aber es wird schon irgendwie einen Rückweg geben, oder? Hoffe ich jetzt mal. Vielleicht gibt es irgendwie einen anderen Ausgang. Eine Alternativroute. Aber im Moment haben wir noch keine gesehen. Da geht es auch runter. Vielleicht ist das besser. Weil hier sind die Statuen. Ich will die Statuen sehen und erkunden. Boah, das ist super weit. Können wir hier eigentlich bauen? Hier drin? Weiß ich nicht. Ich habe keine Bauteile dabei. Das ist halt schon risky. Super risky. Wir hier rüberspringen. Müsste aber gehen, ne? Mit viel Anlauf. Wir können ja schon ein Stück springen. Ich glaube, das geht, oder? Ich tue es jetzt. Go, go, go. Spring. Hoch, kletter, kletter. Weg von der Lava. Okay, wir haben es geschafft. Das sieht nicht gut aus. Da ist so ein komischer Typ mit Säbeln. Der sieht gefährlich aus. Shattered Stairs. Okay. Hier sind die kaputten Stufen. Schlange. Nicht mehr. Yeah. Das sind Schlangen. Das sind Schlangenmenschen. Okay. Serpent Man. Haben wir nicht schon mal irgendwas von Serpent Man gehört? Da haben wir doch schon öfter was drüber gelesen und so. Serpent Man. Mal gucken, was die für uns hier versteckt haben. Gibt es irgendwas zum Lesen? Nö. Okay, hier geht es weiter runter. Oh. Da ist irgendein Tempel oder sowas. Das ist aber ziemlich interessant hier. Das ist eine Kiste. Okay, Standard Loot. Nehmen wir aber mit. Das ist alles ziemlich gut eigentlich, ne? Ein paar Pfeile. Nehmen wir mit. Geht es hier noch weiter runter? Ich glaube, wir müssen wieder springen, ne? Oder geht es hier runter? Das Lava. Ja, hier geht es runter zur Lava. Super. Da kommen wir aber nicht weiter. Ich denke mal, wir springen hier runter, oder? Versuchen wir es. Okay. Kommen wir denn da irgendwie... Da ist überall Lava zwischen uns. Da vorne ist ein Durchgang, ne? Vielleicht kommen wir da hin. Oh, da ist eigentlich überall Lava zwischen uns und dem Ding. Da gibt es nur den einen Durchgang. Ich glaube, das ist der einzige Weg, nehme ich mal an. Kommen wir denn da überhaupt hin? Hier ist schon wieder... Nee. Hier kommen wir nicht lang. Ich denke, wir klettern da hoch und springen dann da irgendwie runter. Oder klettern da runter, ne? Ob das der richtige Weg ist? Ich zweifle so ein bisschen dran. Möglicherweise hätte ich einen Aufzug mitnehmen können. Könnten wir vielleicht da direkt rüberfahren von hier aus. Das wäre vielleicht besser gewesen, ne? Aber ich habe extra wenig mitgenommen, damit wir viel nach Hause tragen können. Oh, ich bin abgestürzt. Autsch. Fußgelenk schon wieder gebrochen. Sind wir jetzt hier? Ja, hier kommen wir durch. Oder? Das sieht schon ziemlich cool aus. Okay, ich glaube, wir sind da. Da ist der Eingang. Oh, da steht einer. Wer ist das? Geht du. The Well of Skelos. Der Brunnen von Skelos. Veris Flickertong. Ein Lederer. Ein Ibarian Archer. Können wir mit dir reden oder so? Nee. Das ist praktisch ein Named Tenor, ne? Die könnten wir jetzt hier drinnen zähmen und so. Die zwei Fighter. Okay, dann müssen wir natürlich erstmal Ressourcen ranholen. Hier ein Wheel of Pain reinstellen. Dann könnten wir den Archer und die Fieris hier direkt mitnehmen. Heißt nicht, ob wir jetzt unbedingt einen Tenor brauchen auf Level 4. Aber gibt es hier auf jeden Fall. Ist doch gut zu wissen. Cool. Und sonst? Da läuft einer rum. Da läuft auch einer rum. Zingarien Fighter. Das ist praktisch irgendwie ein Lager. Und die sind alle friedlich. Das ist gut. Die wohnen hier. Taskmaster. Riesa. Riesa the Brutal. Tier 4 Taskmaster. Das ist jetzt schon ziemlich paradiesisch hier eigentlich. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr in die Städte gehen, um Leute zu zähmen. Ich weiß, das heißt brechen oder so. Aber das klingt so fies. Yeah. Okay, ich will jetzt in die obere Ebene. Da vorne gibt es doch irgendwo eine Treppe. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Super schräg. Hier geht dieser komische Strahl hoch und runter. Und das da unten sieht irgendwie... Was ist das? Ein Portal ins All, oder wie? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Was machen die hier? Wir brauchen mal irgendwen, der mit uns redet. Oder eine Tafel, die uns irgendwas erklärt. Was geht hier vor sich? Hey du! Hm. Die ist nicht besonders interessiert. Bin wohl nicht ihr Typ. Gehen wir mal eine Ebene höher. Achso, geht gar nicht mehr höher, ne? Verstehe ich nicht. Was machst du denn da? Du bist... Ach, ein Archer. Die hat glaube ich auch keine Ahnung. Das sind ja nur die Wachleute. Wir brauchen mal irgendwen, der weiß, was hier vor sich geht. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen verrückt. Aber ich glaube fast, das ist ein Portal da unten. Das sieht doch aus wie ein Portal, oder? Und das ist irgendwie das Einzige, was es hier gibt. Und alle beten das an. Das kann doch nichts Schlechtes sein, wenn man da mal reinspringt und nachguckt, oder? Da geht es absolut ins Nichts. Ich weiß nicht so recht. Wir haben ziemlich viel Hunger inzwischen. Da muss man ein paar Beeren essen, glaube ich. Und ich denke, dann versuchen wir es einfach. Wir springen da jetzt einfach runter und gucken, was passiert. Was zu trinken haben wir dabei. Noch mal zwei Schluck. Schön kühl. Survive the heat of the volcano. Yay. Trinken hilft immer. Also immer einen Schluck trinken. Am besten nicht so viel wie ich. Dann hilft das auch mehr. Okay, ich springe jetzt einfach. Wir probieren es jetzt aus. Yay. Okay, das ist ein Portal. Wo sind wir? Yeah. Nice. Jetzt sind wir. Okay. Wir sind praktisch jetzt da in der Base des Turms. Da wo der, also praktisch, wie sagt man, am Boden, am Grund des Turms, auf dem Fundament des Turms ist. Und das konnte man von oben nicht sehen. Da muss man durch dieses Portal springen, um das zu erreichen. Vielleicht ist der Turm ein bisschen höher als der aussah, ne? Die sind alle friedlich hier. Das ist cool. Wo kommt's? Wer redet da? Wer redet da? What? Will der deswegen umbringen? Das klingt ein bisschen komisch. Wer meint, der sollte schon lange tot sein, so in etwa? Oh, das Portal ist ziemlich schmal. Kommt doch wohl von beiden Seiten rein. Hightech. Oh, da geht's tief runter. Ich glaube, wir nehmen lieber die Treppe. Mal gucken, ob wir diesen Schlangenmenschen oder was finden. Das ist bestimmt ein Schlangenmensch, der so komisch redet, oder? Cool, dass wir das übersetzen können. Oh. Nice. Die haben hier schon ziemlich coole Tempel gebaut. Das muss man denen lassen. Und das ist wohl so eine Gemeinschaftsarbeit, ne? Es sind ganz viele unterschiedliche Menschen hier unterwegs. Das sind keine Menschen. Das ist was anderes. Was ist das? Was bist du? Das ist ein Schlangenmensch. Der hat nix dabei. Der hat einen Schlangenkopf. Und er hat Krallen. Die sehen cool aus. Hast du was für uns? Oh, Flash. Thanks. Ne, die haben nix. Können wir natürlich mal häuten. Reptilehide. Jede Menge davon. Haben wir schon genug zu Hause liegen, glaube ich. Ein Archer. Weg mit dir. What? Hier gibt es eine Schmiede. Spiegel. Okay. Die haben ihren Gegner mit Spiegeln besiegt. Das klingt komisch. Oh. Oh, oh, oh. Die sind ziemlich fies. Das sind noch mehr. Die sind übel. Da fliegt er. Weg mit euch. Wow. Sandart. Okay, die machen wieder so Rüstungs... Zerstörungsschaden irgendwie. Ist irgendwas dabei? Die machen unsere Rüstung kaputt. Dann nehmen wir noch mehr Schaden. Was ist das? Eine Holzkiste. Was ist drin? Ne. Kaputt hauen? Ich glaube nicht. Da ist ein... Oh. Jetzt war gerade eine Kiste da. Aber da war aber nichts drin. Sonst würde da jetzt ein Sack liegen normalerweise. Okay. Das sind aber Menschen. Hyperion Fighter. Wieso sind die so friedlich? Wieso verstehen die sich mit den Schlangenmenschen? Ist das die Schmiede? Kann man da reingehen? Oder... So viele Fragen. Der ist tot. Ich war es nicht. Immer mit. Oh, das wollte ich nicht. Das ist wichtiger, die Water Skin mitzunehmen. Schlüssel nehmen wir auch mit. Boring Fighter. Ich greife die mal nicht an, damit die möglicherweise friedlich bleiben. Ich will hier keinen Stress mit irgendwelchen Leuten, mit denen wir keinen Stress brauchen. Mann, das sieht so cool aus. Da müssen wir, denke ich, rüber, oder? Müssen wir noch ein ganzes Stück weit runter. Wie kommen wir denn hier überhaupt weiter? Also das hier ist bestimmt die Schmiede. Ich gehe da jetzt mal drauf. Oh. Funktioniert. Volcanic Forge. No Owner. Können wir da irgendwas herstellen? Crafting Station. Momentan wohl nicht. Nice. Die brauchen wir bestimmt später noch. Volcanic Forge. Cool. Ja, den Text kennen wir schon. Die haben dir in den Spiegel gebaut und ihre Gegner damit besiegt. Und da kann man bestimmt auch irgendwas Cooles für uns herstellen, oder? Eine coole Rüstung oder so. Oh, irgendwo ist ein Bogenschütze. Die haben die Seele ihres Gegners eingefangen. Oh, da ist so ein Leguan. Yeah. Die Leguan sehen ziemlich witzig aus. Achso, von da unten hätten wir auch hier hochgekonnt, glaube ich, ne? Da unten liegt jemand. Also manchmal verstehen die sich und manchmal verstehen die sich auch nicht so gut mit den Menschen, die... Diese Schlangenmenschen. Oh. Noch so ein Palasttempel. Mit noch mehr Schlangenmenschen. Oh, das sind nur so normale. Der eine Große war ziemlich fies und seine Begleiter waren auch böse. Oh. Das ist gerade eben so eine religiöse Party. Ich wollte euch nicht stören, Jungs. Tut mir leid. Okay, die sind easy. Das sind so Dolche. Die sind, glaube ich, schon böse, aber... Die halte ich mir nicht viel aus. So, Freund. Ich verstehe nicht so viel. Ich glaube, der will Stress. Die haben so fiese Dolche. Oh. Oh. Schöner Sprung. Leid in die falsche Richtung, Kollege. So, Schlangenmensch. Das war, glaube ich, der Schlangenpriester, ne? Der hat gedacht, seine kleinen Schergen könnten uns irgendwie wegmachen oder so. Keine Chance. Da vorne steht auch noch einer und guckt. Hier. Was bist du für einer? Ah, das ist ein Bogenschütze. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Kann man da runter gucken? Okay, hier geht der Weg runter. Alles klar. Jetzt gucken wir noch mal kurz, was es hier zu sehen gibt. Ist hier irgendwie eine Kiste. Keine Kisten übersehen. Gold und Silber. Hier sind die Kisten scheinbar doch irgendwie so ein bisschen anders. Gold und Silber ist schon ein guter Loot für so eine Kiste. Geht's hier runter? Ne. Da geht's nicht weiter. Der hat ein Schwert. Ja, von den Schlangenmenschen ist nicht mehr viel nach, ne? Das stimmt wohl. Das ist ein ziemlich komischer Vogel, der Typ. Ich will das Schwert. Das ist bestimmt gut. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie rankommen. Das Schlangenschwert. Okay, dann geht's wieder tiefer runter. Da vorne ist der große Palast. Oh, das ist... Das sieht einfach super episch aus hier. Man kann nicht mehr oben rausgucken. Also sieht so aus, als wären wir jetzt irgendwie unterhalb des Vulkans. Das ist ziemlich verrückt alles. Was ist das für ein Viechzeug? Ist das irgendwas? Was ist das? Was bist du? Oh, oh. Das sind irgendwelche Echsenviecher. Der hat eine gespaltene Zunge. Die sind ziemlich groß. Und die halten extrem viel aus. Wow. Ausdauer. Oh, Ausdauer. Bitteschön. Okay. Weiter geht's. Mal kurz die Luft holen. Und die Schlacht kann weitergehen. Okay. Die halten viel aus. Aber die haben nicht viel Schaden gemacht. Die haben wahrscheinlich auch nichts dabei für uns, oder? Außer ein bisschen Reptilienhaut. Jede Menge davon. Dann waren noch so ein paar Schlangen unterwegs. Und das war's dann eigentlich schon. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier weitergehen. Oh, da ist viel los. Oder ob wir nochmal hier rüber gucken. Aber da ist Lava. Oh, ist das hell. Das blendet. Was ist das alles? Eier? Ach, das sind die Echsen-Eier wahrscheinlich. Die können wir nicht mitnehmen irgendwie. Na gut, dann lassen wir die halt hier. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier rüber zu springen. Ob sich das Risiko lohnt. Aber wir müssten fast mal gucken, ne? Oh, das ist aber ganz schön knapp. Stockwinster ist es hier. Ich hab auch Fackeln mitgenommen, ausnahmsweise. Also, wir können die nur nicht auspacken mit den Zweihandschwerten, ne? Haben wir sie? Ich glaub, wir haben sie. Wir brauchen mal so eine Fackel raus. Den Bogen brauchen wir im Moment nicht. Was ist das hier für ein Weg? Geht der wieder hoch? Oh, da ist eine Schlange hinter uns. Nichts viel weg. Ich denke, das ist eine Sackgasse. Oh ne, man kann da rüber springen. Wir könnten da rüber springen. Ich sehe nichts. Aber, ist das notwendig? Ich denke, wir gehen erstmal den anderen Weg. Der führt, glaub ich, auch woanders hin, oder? Das führt beides da runter. Gucken wir uns mal den anderen Weg an. Vielleicht muss man da... Oh, da muss ich wieder über die Lava. Vielleicht ist das hier der einfachere Weg. Hier sind auf jeden Fall weniger Gegner. Komm, das schaffen wir, oder? Ich hoffe es. Einmal hier rüber sprinten. Okay, jetzt machen wir's. Noch ein kleiner Testlauf. Go, go, go! Wow! Fast die Spitze verfehlt. Okay. Hier ist halt überall extrem dunkel. Wow! Da ist eine Feuergrube. Oh, da ist wieder ein Schlangenmensch. Mit Bogen. Ich seh nix! Ich kann hier was sehen! Okay. Die sehen uns halt auch nicht, ne? Das ist der Vorteil. Die ernähren sich für uns? Das glaube ich nicht, mein Freund. Also von den Schlangenmenschen ist nicht mehr viel, ne? Aber der hat noch... Der spuckt noch ganz gut Töne. Ich glaube, das ist der andere Weg. Da hätten wir auch springen müssen. Ich glaube, unser Weg war sogar ein bisschen gechillter. Der Sprung hier ist ein bisschen fieser, als der, den wir gemacht haben. Wir sind tiefer. Und das Lichtproblem, das lag wirklich an der Tageszeit. Also wir haben hier scheinbar doch Tageslicht hier unten. Tagsüber ist es hell, nachts stockfinster. Und dann so Lavagruben. Die blubbern da vor sich hin. Ich denke, da vorne ist der nächste Eingang. Hier ist so ein Tor. Und wir haben natürlich schon wieder Schlangenmenschen hinter uns. Oh, geht's hier überhaupt weiter? Was ist er denn? Er hat aufgegeben. Ich glaube, das ist eine Sackgasse, ehrlich gesagt. Oh, Kisten. Immer gut. Gold und Silber. Gold. Nice. Hier haben wir nix. Na, immerhin etwas. Aber wo geht's denn weiter, wenn das kein Eingang ist? Irgendwo muss es doch weitergehen. Oh, Schlangenmenschen. Oh, das ist eine Tür. Okay. So. Ich war gerade am Rätseln, wie wir die Tür hier aufkriegen. Und dann habe ich den letzten gekillt. Und dann ist sie aufgegangen. Also ich glaube, man muss hier alle ausräuchern. Alle killen. Alle Schlangenmenschen. Und dann geht hier die Tür auf. So funktioniert das wohl. Alter. Oh. Er hat mich getroffen. Das wirst du teuer bezahlen, mein Freund. Was ist das? Ein Altar oder sowas? Hey, du. Kannst du was? Nee. Oh, noch mehr. Die werfen mich ganz schön zurück, die Pfeile. Die sind scheinbar böse. Der hält mehr aus als ein normaler Typ. Die gehen auch nicht in den Nahkampf, wenn man zu nah ran geht. Die haben immer den Bogen draußen. Oh. Aua. Feigling, komm her. Die machen wir weg. Das ist ein normaler. Der hält nämlich viel weniger aus. Okay, wir haben schon wieder Durst. Was trinken? Was essen? Und. Oh. Da vorne sind Typen, die sehen komisch aus. Aber ich glaube, das sind alles die gleichen. Na gut. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Und. Da hinten geht es dann weiter. Da sind überall Durchgänge. Was machst du denn? Moonwalk. Die sind komisch drauf, diese Schlangenmenschen. Ich weiß nicht so ganz, was mit denen vorgeht. Das sieht einfach nur Hammer aus hier unten. Super cool, dieser Palast. Und wir sind fast da. Also es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch mal über so einen Lavafluss springen. Und der hier sieht auch super haarig aus. Ich weiß nicht, ob wir da drüben gut landen. Ja. Passt. Okay. Da müssen wir sogar ein bisschen hochklettern. Ja. Ich glaube, wir sind da. Oh. Schlange. Irgendwo. Das sieht aus wie eine Art Fackel oder sowas. Cooles Design. Und da sind die beiden großen Schlangenmenschen. Schlangenmenschen. Okay. Das ist, glaube ich, der Boss. Swinting. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind die Menschen da oben an der Macht, mein Freund. Aber wieso wirst du denn unbedingt sterben? Du bist doch der Letzte deiner Art. Verstehe ich nicht so ganz. Aber für den gibt es wohl keine andere Lösung. Ich glaube, der will uns gleich angreifen. Oh. Der schickt seine Schergen. Okay. Das sind keine echten Schergen. Der versucht uns auszutricksen. Die verpuffen ja in der Luft. Hast du nichts Besseres zu bieten, als irgendwelche Dinge, die in der Luft verpuffen? Leg dich mal ins Zeug, mein Freund. Oh, noch mehr. Hm. Zwei Stück gleich. Kannst du auch bestimmt mehr, oder? Ich weiß nicht, ob die überhaupt Schaden machen. Das ist ja eine lustige Sache hier. Komische Veranstaltung. Ja, die machen Schaden. Also das schon. Und es werden immer mehr. Hoffentlich geht es nicht immer die Ausdauer aus. Hier ist es heiß unten. Ich schwitz. Beeil dich mal. Und jetzt? Und jetzt? Noch mehr. Oh je. Das geht schon weichen so. Das waren jetzt aber ein bisschen mehr. Ich glaube, er strengt sich ein bisschen besser an jetzt. Okay. So, du kannst es dir noch überlegen. Wir können auch hier zusammen rausgehen. Und dann kannst du wieder oben in der Wüste wohnen oder so. Du kannst hier doch einen neuen Palast aufbauen. Wieso denn all der Ärger und Stress? Okay, du siehst natürlich auch nicht mehr. Bist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Oh, was war das? Das war's? Hm. Das war ja jetzt kein großer Widerstand. Was hast du denn dabei? Trapezohedron. Okay. Ich weiß noch nicht, was das ist. Aber er dachte, wir wären deswegen da. Also muss es wohl wichtig sein. Nehme ich mal an. Hast du irgendwas? Capital Heid. Fangs. Nö. Nicht viel. Können wir uns da auf den Thron setzen? Sieht nicht so aus. Wir können es aber drauf stellen. Okay. Dann sind wir jetzt praktisch der König der Schlangenmenschen. Aber ich glaube, es gibt keine mehr. Er war ja der Letzte seiner Art. Was ist das? Achso, das war ich wahrscheinlich. Nice. Also wir haben echt coole Tempel hier gebaut. Schade drum. Ich weiß nicht, warum der unbedingt sterben wollte. Was ich auch nicht weiß, ist, wie wir hier jetzt wieder rauskommen. Das ist vielleicht eine wichtigere Frage. Mal gucken, ob wir irgendwie ein Portal oder was finden. Weil das Hochklettern wieder, das wird schwierig, ne? Dann müsste ich auch die Rüstung ausziehen. Wir haben ja eine schwere Rüstung an. Und das könnte natürlich schlecht sein mit der Temperatur. Fing weg. Die sehen super cool aus, die Dinger. Eine Zeichnung auf dem Rücken. Okay. Na gut. Was machen wir jetzt? Da geht es wieder zurück. Da kommen wir her. Da drüben waren wir. Ich glaube, wir müssen versuchen, das irgendwie wieder hochzuklettern. Anders geht es nicht. Hier gibt es wohl kein Portal oder sowas. Ah, hier gibt es also doch noch ein bisschen was. Hier ist eine Tafel. Die hat man überhaupt nicht gesehen. Die sieht man wirklich nicht so. Wenn man da rangeht, fängt die an zu leuchten. Und... You have learned new recipes. Okay, das klingt natürlich gut. Müssen wir dann wieder suchen, was das wohl war. Vielleicht irgendwelche Waffen für die Schmiede. Das wäre natürlich super cool. Und hier stehen auch überall Kisten rum. Mit den üblichen Ressourcen, wie es aussieht. Nichts irgendwie umwerfen tolles. Aber immerhin. Ich habe nochmal alles abgesucht hier. Ich glaube, das war die einzige Tafel. Und den Weg nach draußen habe ich auch noch nicht gefunden. Also entweder ist der gut versteckt oder wir müssen wirklich den gleichen Weg wieder zurück. Oder geht es hier hoch? Oh, da oben ist eine Öffnung. Aber da kommen wir nicht rüber. Vielleicht, wenn wir die Wand entlang klettern. Yeah. Also, ich glaube, hier kann man Stunden verbringen, alles zu erkunden. Ich denke aber, dass es da drüben nichts Spezielles gibt. Man sieht ja auch nichts irgendwie. Nice. Super cool sieht das aus. Mal sehen, ob das hier eine Alternativroute ist. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber die ist, glaube ich, kaputt. Spring! Autsch! Das war mein Fuß. Okay. Funktioniert aber. Hauptsache, wir sind nicht in die Lava gefallen, ne? Einen gebrochenen Fuß nehmen wir gerne in Kauf. Und möglicherweise ist das hier eine bessere Route. Das geht irgendwie einfacher. Ist das die Schmiede? Nein. Fortsch! Das war super kurz. Wieso bin ich denn so einen Umweg gegangen? Okay, ich denke mal, wir haben alles gesehen, ne? Den langen Weg und den kurzen Weg. Jetzt können wir direkt gucken, ob es hier was herzustellen gibt. Fortsch! Composite Obsidian. Stilbar. Und Obsidian. Das ist alles. Okay. Da muss es noch mehr Tafeln irgendwo geben, ne? Wir haben nichts gelernt außer die Ressource. Das ist komisch. Aha! Tricky, tricky. Hier sind überall neue Obsidian-Sachen versteckt. Die haben wir auch alle gelernt. Und die kann man wohl nicht hier in der Schmiede herstellen. Hier stellt man nur dieses Obsidian-Metall-Compound-Zeugs her. Was wir wahrscheinlich brauchen, um diesen Hammer dann zu schmieden, denke ich mal. Aber der wird ganz normal an der Schmiede hergestellt. Blacksmith's Bench. Das heißt, wir müssen die hier wieder herkommen. Wir müssen die Ressourcen umwandeln. Umwandeln in diesen Compound. Wir brauchen ganz viel Obsidian und ganz viel Steel-Bars. Und dann kriegen wir diese Composite Obsidian-Barren. Die bringen wir wieder mit nach Hause. Und dann dürfen wir uns die neuen Waffen herstellen. So wird das wohl laufen, ne? Wir können ja mal hier unter Search nach Obsidian suchen. Obsidian. Okay. Da sehen wir, was es alles gibt. Yeah. Throwing-Axis. Es gibt Tools. Oh. Jetzt habe ich gerade meine Tools abgegradet. Und jetzt gibt es die auch noch aus Obsidian. Aber es gibt kein so Kombi-Tool. Das ist schade. Es gibt wieder nur die normalen Tools. Das Kombi-Tool gibt es wohl wirklich nur in hardem Stil, glaube ich, die Version, ne? Oder so ähnlich. Oder war das nur Stil? Ist auf jeden Fall cool. Obsidian, Two-Handed Sword. Vielleicht ist es besser als unseres. Wer weiß. Ein Warhammer. Es gibt Pfeile. 17 Health Damage. Wow. 52. Steht ja dabei. 58 hat das Schwert. Das ist weniger als unseres, ne? Aber es ist ziemlich gut. 37. Das sind, glaube ich, die besten Dagger auf jeden Fall. Unser Schwert hat aktuell 72. Also das ist einfach besser. Das ist deutlich besser. Auch ohne das Upgrade. Na gut. Trotzdem cool. Wir haben jetzt die neuen Obsidian-Sachen gelernt. Und eine Rüstung gibt es wohl nicht, sondern es gibt nur dieses komplette Waffen- und Toolset. Reicht eigentlich auch, ne? Okidoki. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles gesehen hier am Vulkan. Ich muss mich hier wieder rauskämpfen. Das werde ich sicherlich gut schaffen. Von hier aus müsste es dann gehen. Da sind wir ja nicht mehr so viel gesprungen. Ich hoffe, ich falle nicht in die Lava. Und dann muss ich nochmal herkommen, um die Ressourcen herzustellen, damit wir uns nächste Episode dann die ganzen Waffen anschauen können. Das war es aber erstmal für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat der kleine Ausflug hier in den Vulkan gefallen. Ich muss hier dringend raus aus der Affenhitze. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Wink.